sooo da sind wir wieder ja der letzte start war eine kleine katastrophe weil wir leider die feuerwehr nicht aktiv hatten wir haben es eigentlich mittlerweile echt mehr als genug gespart da können wir die echt mal so normal hochsetzen das können wir auch mal hochsetzen und da wir alles hochgesetzt haben können wir jetzt auch auto budget aktivieren weil auto budget genau das gleiche machen einfach alles hochsetzen genau das macht dieses auto budget nämlich so können wir jetzt auch mal auf slow gehen und starten okay und ich habe keine ahnung wo wir waren wir hatten genau ein seeport hatten wir gebaut gehabt wohl der gefragt war wurde jetzt wo ist denn jetzt da die port können wir auch hier gleich unser malheuer weg machen da hatten wir ja hier scheiße gemacht so das hätten wir dann damit denn wieder hier oben haben wir auch das ding ja die verbindung ist auch hier ist immer noch die defekte capital 50.000 aktiviert nein nicht das sondern das da ok ganz viele sind mit unserer arbeit nicht zufrieden das ist natürlich traurig hat er ist jetzt die feuerwehr mittlerweile wieder aktiv oder ist jetzt die feuerwehr mittlerweile auch schon ausgebaut am besten damit die feuerwehr wirklich aktiv wird also jetzt die feuerwehr auf jeden fall aktiv sein ok da können wir jetzt anfangen ach so strecken jetzt hat es noch gar nicht ja ja ok da waren wir also strecken netz so strecken jetzt ein bisschen ausbauen wo hier so viel verkehrt ist haben wir jetzt auch gemacht hier hinten können wir ah gut ansonsten hatten wir die industrie hatten wir ja ja jetzt hört sich mal alles am ansteigen ok das ist gut wir haben jetzt gerade noch 300 gut ok den hafen haben wir allerdings schon gebaut das nächst größere wäre ein erster flughafen aber ich glaube das dauert noch ein bisschen bis der gefordert wird von daher können wir jetzt erstmal ein bisschen sparen ja also ist jetzt mittlerweile wieder alles aktiv polizei feuerwehr dadurch nehmen wir natürlich jetzt auch weniger ein ganz klar budget wir haben jetzt gerade mal eine Einnahme von gerade mal 1000 aber natürlich hier großer Posten kennt man ja kennt man ja und wir werden was wir aus der katastrophe gelernt haben das straßennetz mal hier ordentlich hinzusetzen ne das war ja hier ist ja komplett in sich zusammengebrochen schön alle kreuzungen hier elektrifizieren ist ist hier ist auch da auch hier ist auch nicht hier oben ist dann da 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 die und die sind natürlich eigentlich schon zu viel brauchen wir eigentlich nicht so sehr aber sind jetzt da und stören auch nicht von daher können sie auch da bleiben äh ansonsten hier unten ist auch alles elektrifiziert ach ne da fehlt ein bisschen was ist ja nicht hängt da einfach eine leitung halb runter hier okidoki das hätten wir denn oha jetzt haben wir schon 60.000 uuuh jetzt wird das wieder ein bisschen höher das gefällt mir schon fast ja doch das kann man machen dann warten wir mal ab bis die den ähm spalten wir ganz kurz und gehen mal hier auf normal bis die erstmal den flughafen erfragen blu zwei akne für die industrie bei der industrie ist das relativ egal die haben ihre eigenen wachmeister und vor allem kolonischen der politischen da wurde keiner da kann die politischen so sein wie sie würde treten hier später alles aufs mehr wir haben immer hier wind kommt von oben wir müssen halt nur darauf achten dass nicht innerhalb der city die crime so hoch wird weil das wäre wirklich bisschen bullshit mäßig allerdings hier alles relativ easy ja hier ist safe safe moderat oha hier ist wieder leid was man das ist gerade also freilich ich kann ja auch nicht mein traffic war nicht ich habe doch schon leise was wir noch haben soll ich doch genau doch wir haben oder was da noch schön ernsthaft leute los mit euch so sonst 65.000 und zwei drittel sind zufrieden mit uns warum kommt das jetzt hier so oft ist ja gut 21 ja das hier wird immer stehen definitiv hause kostet relativ niedrig da jetzt die umgebung relativ schön ist scheinbar ich kann aber nur noch mal nachgibt mein value medium alles medium alles medium gebraucht low low hier im mittel ist grünes low wollt ihr mich vergewaltigen klasse ok aber nur um die ecke gucken mittelklasse ok aber jetzt gar nicht bewohnt obwohl der stadion ist obwohl der grünpark ist obwohl der grün ist auch für die strafen und auf die gleite sind einfach da eine oder wird einer steigt weiter steigt weiter es scheint doch die leute nicht so schlecht zu gehen nur so ein paar aufreisen auch jetzt wird ja schon mal jetzt wird er auch gebaut mit dem verkehr da können wir halt nicht gegensteuert ist halt so allerdings hatte ich das problem mit dem verkehr bisher immer gehabt also deswegen auch verkehr achte ich mittlerweile auch gar nicht mehr wenn es sich anbietet und was zu machen tue ich das aber ansonsten geht das halt nicht schon 98 so habe ich hier noch auf ja kann ich mit der reine bis hin runter gehen wobei wir haben ja gewartet bis zu so ein feuer einfach wegschieben kann ja hier besuchen wir irgendwann mal bebauen müssen sowieso noch müssen wir bis hinbauen also hier könnte eigentlich noch industrie hinkommen dann könnt ihr hinten tatsächlich sogar noch ein bisschen wohnraum hinkommen allerdings muss ich den parker ist das wollte ich eigentlich nicht das sollte ich so als grüne iglo bleiben was wir machen können fällt mir gerade ein ja das wäre eine idee das wäre die idee wir sitzen hier genau wir sitzen hier immer so deine mutter oder so da setzen wir muss ein paar straßen hin die behäuser da so 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 und dann wire ja ja also ja du bist da angebunden da angebunden zusätzlich wirst du noch hier einmal angebunden oder kannst du noch ein bisschen ausfallsig zu machen park Oh, da kommt hier noch Parking, da 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 noch Parking. Parking, nein, das hat hier weggeklickt. Ich glaub es nicht. Da kommt noch Parking, da kommt noch Parking, alles uns weg, komplett auf, überall Parking. Da, immer da. Es ist Feuer aber immer noch nicht weg hier, Alter, es kann ja eigentlich sein, hier ist doch illegalisiert. Halt, was wollte ich denn da? Da soll doch die Straße hin. Weg, weg, weg. Hat sich da schon natürlich wieder eine Kirche eingepflanzt. Ekelost, ja. Bam. So, das hier ist ja so eine kleine Waldstraße, die dann so halt inmitten dieser Räume und so lange füllen, die so richtig schön. Na, wirst du da schon, ja. Kennt er doch, kennt er doch alles. Richtig schön die Waldallee quasi, ne. Ah, mit dem Feuer muss ich hier noch aufpassen, da kann ich noch nicht bauen. Oh, da haben wir hier ein richtig schönes Fleckchenwald. Richtig schön Dorfschule hier. Perfekt. So muss das sein. Genau so mir das vorgestellt. So, haben wir hier noch ein paar Häuschen. Und vor allem natürlich gleich eine Kirche. Du kannst weg. Die brauchen wir jeden und echt nicht. Da haben wir hier schon mehr als genug. Wir haben sowieso schon wieder auf der Weise Kirchen. Drei Krankenhäuser, wir haben doch verarscht. Oh, das ist ja. Back, 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 back. Danke, 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 danke. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Danke, danke. So, Wohnungen bitte, hier keine, nicht, 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 über welche, überall und solche Kirche zu hinsetzen. Ich meine, eine Kirche war ab und zu sehr in Ordnung, aber hier ist ja alles voll mit Kirchen und Krankenhäuser. Das geht doch gar nicht. Ich fühle mich gerade schon richtig, ich bin nicht wie hier beim Kreuzzug oder sowas. Das ist ja, ah, wir haben wieder die 70.000 überschritten. Das ist sehr schön. Können wir mal hier speichern und mal kurz in eine neue Folge gehen. In dem Sinne, bis gleich, schau mal v. und so weiter sofort. Ciao.